Seid gegrüßt und herzlich willkommen zum Start der Serie 33 in Forza Horizon 5. Wir schauen heute das erste Mal auf das Motto Apex Allstars. Ja und das bedeutet wir bekommen die Möglichkeit zum einen den Pro Stock Camaro schon freizuschalten bei 80 Punkten. Da gibt es allerdings eine kleine Bedingung auf die ich gleich noch mal eingehen werde und dann gibt es aber diese Woche auch das Fahrzeug das wir auf der rechten Seite sehen und zwar den Ford GT aus der Le Mans Serie. Dazu dann später noch mal mehr aber ja zunächst mal aus der Übersicht ihr seht 80 Punkte das wird für die meisten wohl dann in der zweiten Woche erreichbar sein. Wer allerdings jetzt schon mal alles erledigt und das ist die Bedingung der kann auch diese Woche schon an den Pro Stock kommen. Das bedeutet also ja bis auf den täglichen Forza-Ton muss alles erledigt werden in der Festival Playlist. Dann müsste man eigentlich rechnerisch sogar schon auf 80 Punkte kommen. Bevor wir allerdings gleich mit den Wochenaufgaben starten noch mal ein ganz wichtiger Hinweis von mir denn ich hatte es vergessen im großen Monatsupdate zu sagen. Die Chevy Corvette E-Ray ist ab jetzt auch für jeden Spieler erhältlich. Es war ja eigentlich ein Fahrzeug das nur den Forza Motorsport Spielern vorenthalten gewesen ist. Allerdings ab jetzt mit diesem Update ist das Fahrzeug auch in der Automesse zu bekommen. Abgesehen davon aber auch am Ende der Serie als Belohnung bei einer Meisterschaft. Es gibt also ja diesen Monat sogar zwei Möglichkeiten an das Fahrzeug ranzukommen. Wer also jetzt die Corvette E-Ray kaufen möchte kann das jederzeit machen und damit ja noch mal abgerundet was in der Serie zum Update von mir vergessen wurde. Schauen wir als nächstes aber mal hier auf die einzelnen Aufgaben. Wir starten hier traditionell mit dem wöchentlichen Forza-Ton und damit unseren ersten fünf Punkten für die Festival Playlist. Außerdem gibt es natürlich hier immer 160 Forza-Ton-Punkte nochmal für den Shop. Wir brauchen um die Aufgaben zu erledigen den 2013er McLaren P1. Damals das Kammerfahrzeug von Forza Motorsport 5. Mit dem Fahrzeug sollen wir dann drei Sterne bei einem Blitzer erzielen und zwar nicht irgendeinem sondern dem Auto Pista-Blitzer. Das ist der der sich auf der Autobahn befindet. Danach sollen wir ein Straßenrennen gewinnen. Hier wird wieder nicht genannt Straßenszene oder Straßenrennserie. Daher von mir der Hinweis es sind hier die Straßenrennserienveranstaltungen gemeint, also die blauen. Ich habe übrigens hier ein Rundkursrennen absolviert. Sollte bei dir beispielsweise ein Sprintrennen nicht zählt, probierst du einfach einen Rundkurs aus. Anschließend sollen wir noch mal sechs Sterne in Blitzerzonen erhalten. Ja, da habe ich hier nördlich vom Stadion diesen kleinen Blitzerzonenbereich gewählt. Der geht nämlich relativ fix. Also einfach mehrfach hier durchfahren, bis man sechs Sterne zusammen hat. Dann gibt es natürlich wie immer noch die täglichen Forza-Ton-Herausforderungen. Hier bekommen wir wie immer einen Punkt und 20 Forza-Ton-Punkte. Allerdings mit dem Haken, dass wir natürlich alle Aufgaben auch erst nach und nach im Lauf der Woche erledigen können. Also ja, jeden Tag eine neue Aufgabe erst freischalten. Die erste Aufgabe lautet allerdings hier, mit einem Aston Martin ein Straßenrennen zu gewinnen. Und damit schauen wir mal hier in den wöchentlichen Forza-Ton-Shop. Dort gibt es diese Woche nämlich den Porsche 917 aus 1971. Dann gibt es ein neues Outfit und zwar das schwarze Wrestling-Outfit in Kombination mit der passenden Maske dazu. Es gibt eine Hupe und den Mercedes-AMG CLK GTR. Danach geht es weiter mit Horizon Arcade. Wir bekommen wieder mal die Minispiele-Aufgabe gestellt. Das heißt also online drei Runden von Minispielen absolvieren, wahlweise alleine oder gemeinsam mit anderen Spielern. Dann gibt es drei Punkte Fortschritt und 60 Forza-Ton-Punkte nochmal für den Shop. Und damit schauen wir auch schon auf die wöchentliche Prüfung. Die nennt sich Mini-Mustang-Verwechslung und genau darum geht es. Ihr könnt entweder einen Mini oder einen Mustang zur Teilnahme auswählen. Das Ganze findet in der Straßenrennserie statt und ja, ihr bekommt natürlich abgesehen von den üblichen zehn Punkten diese Woche noch die Shelby Cobra freigeschaltet. Dann gibt es diese Woche drei Eventlab-Veranstaltungen. Eine davon und das ist die erste, auf die wir jetzt hier gerade schauen, ja die ist auf Eventlab Island. Die anderen beiden sind in Mexiko auf der Hauptkarte. Alle drei finde ich sind eigentlich ziemlich gut gelungen. Es sind passend auch zum Thema Apex Allstars eigens entwickelte Rennstrecken und wir bekommen natürlich für jede Aufgabe hier nochmal drei Punkte und einen Super-Wheelspin beziehungsweise auch zwei Fahrzeuge freigeschaltet. Dann gibt es diese Woche drei saisonale PR-Stands. Wir bekommen einen Blitzer und zwei Blitzer-Zonen. Alles muss erledigt werden in einem Streckenspielzeug. Der A-Klasse bis maximal 800. Ich habe hier übrigens in der Serie den Camaro, den wir hier rechts oben sehen können, den Z28 gewählt und der taugt eigentlich, um alles relativ easy zu erledigen. Wir müssen hier zum Beispiel beim Blitzer-Trocknen-Hügel die Zwei-Sterne-Herausforderung schaffen, also 249,4 kmh schnell sein. Dann bei der Blitzer-Zone beim Festival müssen wir diese Woche etwas schneller als das Zwei-Sterne-Ziel sein und zwar 149,7 kmh. Hier ist es wichtig, ja von der rechten Seite aus Anlauf zu nehmen, dann ist man deutlich schneller und dann bei der Blitzer-Zone Bergpass, da müssen wir 180,2 kmh schnell sein. Auch das liegt über dem Zwei-Sterne-Ziel. Dann gibt es diese Woche noch zwei saisonale Meisterschaften. Ja, nachdem jetzt also das Horizon Race Off vorbei ist, ist alles wieder ein bisschen heruntergeschraubt worden, was die Meisterschaften angeht. Es gibt eine Straßenrennserien- und eine Straßenszene-Veranstaltung. Wir können bei der Straßenrennserie-Veranstaltung den McLaren P1 gewinnen, den wir auch im Forzaton brauchen und fünf Punkte noch dazu für die Playlist, wenn wir in einem Streckenspielzeug-Extrem, der ist Zweiklasse gewinnen. Dann gibt es die Straßenszene-Veranstaltung Verbrennen für weitere fünf Punkte und den Pagani Sonder R, wenn wir in einem Super-Hot-Hedge der A-Klasse bis maximal 800 gewinnen. Anschließend gibt es eine Schatzsuche und die nennt sich Lotusrunden. Mit elf in ihrem Namen und ganz ohne Türen. Siege mit einem in Rivalen und der Schatz wird dir gehören. Ja, dieser Reim soll uns darauf hinweisen, dass wir den Lotus 2-11 oder 3-11 auswählen sollen. Das sind nämlich die beiden Lotus-Fahrzeuge, die wir im Spiel haben, die keine Türen haben und die, ja, eine elf in ihrem Namen tragen. Also dieses Fahrzeug auswählen und dann eine Rivalenrunde unserer Wahl absolvieren, dabei einen Rivalen schlagen und dann, wenn ihr zurückkommt, auf die Karte bekommt ihr auch schon den Schatzhinweis. Übrigens, wer nicht lange suchen möchte, der Schatz befindet sich genau an dieser Stelle hier auf der Karte für drei weitere Punkte und 250.000 Credits in der Kiste. Dann gibt es als nächstes die Photo-Challenge mit dem Hashtag Wul in Azul. Fotografiere den 2017er Wul 05 RR, der ja in Mexiko produziert wird, daher also bestens zu dieser Aufgabe und zu unserem Map-Ort passt, am Startort der Playa Azul-Rundstrecke. Die befindet sich übrigens genau hier im Osten der Karte. Dafür gibt es dann zwei Punkte und den Mexiko-Rennanzug. Dann wartet auf uns natürlich, wie so oft, der Eliminator, unser Battle-Royale-Modus. Da müssen wir wieder unter die Top 30 gelangen, was oftmals ja auch nicht besonders schwierig ist, für weitere zwei Punkte und eine Forza-Link-Phrasen-Belotung. Ja, und dann kommen wir zu etwas, was ich jetzt ganz kurz hier in der Festival-Playlist nicht sehen konnte, denn die hat bei mir irgendwie wegen Server-Verbindungsproblemen nicht richtig geladen, die vier Monatsrivalen. Und die sind ganz wichtig, um tatsächlich über 80 Punkte zu kommen beim Serienfortschritt, um jetzt schon den ProStock Camero freischalten zu können. Um auf dieses Ziel zu kommen, müssen wir natürlich dann hier alle vier Monatsrivalen absolvieren. Mit dabei sind natürlich zum einen Fahrzeuge, die wir erst in den nächsten Wochen freischalten werden über die Playlist, aber auch Fahrzeuge, die im kostenpflichtigen DLC enthalten sind. Also auch eine ganz gute Möglichkeit, um zumindest mal so ein bisschen reinzuschnuppern und Probe zu fahren mit Fahrzeugen, die man sonst gar nicht im Spiel bekommt. Vielleicht für den einen oder anderen auch ein wichtiges Entscheidungskriterium für oder gegen das DLC. Also ja, ich würde sagen, einfach mal hier mitnehmen. Ich bin übrigens rechts unten schon mal mit dem Time Attack Mitsubishi gefahren und dieses Ding ist einfach, was Traktion und Handling angeht, absolut geisteskrank. Müsst ihr auf jeden Fall mal gefahren sein. Ja, dann zu der Letzt natürlich noch die 14 Punkte, die wir über die Erweiterungen bekommen. Das ist natürlich wie immer klassisch aufgeteilt in zwei Punkte bei saisonalem PR-Stanz, einen Blitzer und eine Blitzer-Zone und dann nochmal zwei saisonale Meisterschaften, jeweils eine bei Rallye Adventure und bei Hot Wheels. Wenn wir alle Punkte zusammennehmen, sind es nochmal 14 Punkte für die Playlist. Schauen wir als nächstes auf unseren Le Mans GT-Rennwagen aus 2016, den Ford GT mit der Startnummer 66. Diese ist übrigens nicht zufällig gewählt, denn 1966, also 50 Jahre zuvor, gewandt Ford erstmals das legendäre 24-Stunden-Rennen von Le Mans gegen den damaligen Erzrivalen Ferrari. In Wirklichkeit trug aber das Siegerfahrzeug aus 2016 in der LMGTE Pro-Klasse die Startnummer 68. Also ein klein bisschen angepasst worden. Es ist natürlich etwas Besonderes, einen reinrassigen Rennwagen in Horizon zu fahren. So viele gibt es davon ja gar nicht. Gerade so moderne Rennwagen wie dieser hier sind ja sehr rar gesät. Aber ich muss schon sagen, der Ford GT macht echt Laune auf offener Straße. Schöne Details sind auch, dass die auffällig gelbe Farbe der Frontscheinwerfer auf die Straße fällt, wenn man nachts unterwegs ist, was das Rennwagengefühl noch ein bisschen mehr unterstreicht. Übrigens ein kleiner Funfact, warum es überhaupt diese gelben Scheinwerfer gibt bei Le Mans. Denn dort fahren mehrere Klassen zeitgleich Rennen. Und das bedeutet, dass die deutlich schnelleren P1-Fahrzeuge der Prototyp-Serie sofort erkannt werden müssen, weshalb diese dann weiße Scheinwerfer haben. Sitzt man also in einem GTE-Fahrzeug, also gehört zu der GT-Klasse, dann erkennt man im Rückspiegel sehr schnell, wenn ein weißes Licht dort auftaucht, dass man Platz machen muss. Zu guter Letzt schauen wir nochmal hier auf die Marktplatzbewertung von unserer Chevy Corvette Z06. Denn die können wir jetzt erneut freischalten bei 40 Punkten in dieser Woche. Wer also ohnehin so viel erspielt, bekommt das Fahrzeug dann noch einmal. Vielleicht wollt ihr ja die zweite Version davon verkaufen. Und wir haben hier wieder mal seit langem ein echtes 20-Millionen-Fahrzeug. Das bedeutet also, der Maximalpreis ist jetzt sofort möglich dafür. Ob das Fahrzeug tatsächlich dafür verkauft wird, steht auf einem anderen Blatt. Wahrscheinlich wird der Preis auch in den nächsten Tagen wieder etwas fallen. Aber es lassen sich hier einige Millionen mit dem Fahrzeug verdienen. Falls ihr also die Z06 nicht behalten wollt, dann könnt ihr euch ein bisschen das Konto aufbessern. Und damit sind wir am Ende der dieswöchigen Forza-Wochen-Ausgabe. Ich bedanke mich wie immer bei dir fürs Zuschauen. Und hoffe, die Ausgabe hat dir alles geliefert, was du für die aktuelle Woche brauchst. Viel Spaß am Freischalten und bis zur nächsten Woche. Mach's gut. Ciao.